Das hat sich jetzt nicht verändert, dass Sie sagen, wir müssen früher raus aus der Branche. Nein, Entschuldigung, Frau, weil jetzt ein solcher Tag ist, ändert man nicht die Politik. Das Ziel CO2 reduzieren muss ein langfristiges sein. Das hat sich jetzt nicht verändert, dass Sie sagen, wir müssen früher raus aus der Branche. Nein, Entschuldigung, Frau, weil jetzt ein solcher Tag ist, ändert man nicht die Politik. Das hat sich jetzt nicht verändert, dass Sie sagen, wir müssen früher raus aus der Branche. Nein, Entschuldigung, Frau, weil jetzt ein solcher Tag ist, ändert man nicht die Politik. Das Ziel CO2 ist... Das hat sich jetzt nicht verändert. Was Sie sagen, wir müssen früher raus aus der Branche. Nein, Entschuldigung, Frau. Entschuldigung, Frau, weil jetzt ein solcher Tag ist, ändert man nicht die Politik. Das Ziel... Das hat sich jetzt nicht verändert, dass Sie sagen, wir müssen früher raus aus der Branche. Nein, Entschuldigung, Frau, weil jetzt ein solcher Tag ist, ändert man nicht die Politik.